Und damit herzlich willkommen hier zum nächsten Video. Wir sind jetzt wieder im Habbo Origins. Diesmal bin ich nicht ganz alleine, sondern die zwei Herren hier vorne sind auch dabei. Skidder 59 und Selle TV, den kennt ihr sicherlich auch noch aus den Olympischen Spielen von 2016 bis 2024, natürlich den David auch. Wie geht's euch? Mir geht es sehr gut, aber ich muss dich korrigieren, ich bin jetzt seit 2018 dabei. Okay, dann 2018, aber das ist trotzdem eine lange Zeit. Das ist ein Fakt. Ja, wir haben das Video gerade schon gestartet, was ich gerade richtig cool gefunden habe. Und da geht natürlich die Nostalgie auch wieder ganz nach oben. Wenn man hier reingeht, in dieses Ding hier, umkleide, kann man einfach sich umziehen und dann go swimming und so drücken. Und das finde ich irgendwie voll cool. Das gibt es jetzt zum Beispiel nicht so. Und ja, deswegen feiere ich das. Habt ihr Bock, einmal rüber zu gehen zum Turm? Also, können wir machen, weil ich glaube, ich kriege hier die Krise dabei, der Klau oder so. Ich glaube, das wird da nichts, ne? Man kriegt da nichts bestellt. Ne, die... Die Sau. Aber du schreibst da auf Deutsch und auf Englisch. Die kapiert hat nicht. Oh Mann. Die ist nicht mehrsprachig, leider. Ja, leider nicht. Aber vielleicht kommt das ja noch. Also bisher... Nee, Milch geht nicht. Stuff geht nicht. Wasser geht nicht. Es gibt halt leider nur Portugiesisch, Deutsch... Ah ne, Englisch. Und was war das andere? Spanisch meine ich. Englisch. Spanisch, ja, okay. Ja, aber schön. Also ganz ehrlich, ich habe diese Zeit ja nicht miterlebt. Ihr ja auch nicht, 2005. Ähm, es ist halt schon ganz geil, einfach mal sowas wieder zu sehen, ne? So die alten Zeiten kommen einfach da hoch, finde ich. Das merkt man. Ich meine, ich kenne natürlich auch die Anfänge, aber ich bin auch erst seit 2009 dabei. Ja, bei mir ähnlich. 2010 erst. 2008. Ja, 2008. Ja, 2008. Also da habe ich ja auch gehört, dass das richtig geil gewesen sein soll. Ja, obwohl eigentlich war ich da schon seit... 2007 schon interessiert, aber ich habe es, äh... Genauer genommen, eigentlich wäre ich schon seit 2000... Seit Ende 2007 dabei gewesen. Ich habe es aber, äh... Ähm... Naja, ich sag mal so, ähm... Damals war es ja so, bei der Registrierung, da musste man auch, ähm... Wenn man unter 13 war, auch die E-Mail-Adresse der Eltern angeben. Mhm. Ähm... Ähm... Beknechterweise hatten, äh... Hatte ich die halt eben damals noch gar nicht gewusst, und deswegen hatte ich da so meine Probleme, äh... Mit der Registrierung. Und ich war natürlich auch noch, äh... Noch ein bisschen zu blöd, äh... Um auf die Idee zu kommen, einfach irgendeine scheiß Adresse einfach auszudenken und schon, äh... Hast du ja das Problem beseitigt, ne? Ja. Oha. Aber konnte man irgendeine Adresse nehmen? Einfach so, irgendwas? Das ging damals, ohne Scheiß, ja. Weil, heutzutage geht das ja eigentlich nicht mehr, ne? Ach krass, der hat sich... Ja. Der hat sich jetzt einfach wirklich Credits dafür geholt, um da runterzuspringen. Also ja, einfach Credits geholt, ja. Also ich bin jetzt gerade auch in dem Pool, aber irgendwie komme ich hier nicht mehr raus aus dem Pool. Ja, äh... Also, wie hast du das denn geschafft? Kurz vor mir trinken. Ja, jetzt bist du auch drin, aber du bist ganz schön... Du musst mal ein bisschen mehr in die Sonne gehen, ne? Oh ja. Ich bin ein bisschen hell, das stimmt. Ja. Hell, aber... Ah doch, du kannst bestimmt hier hochgehen, oder? Nee, ich komme hier nicht mehr raus aus dem Bad. War das damals auch so, frage ich mich jetzt gerade? Wahrscheinlich... Ah doch, ich komme wieder raus. Hast du das geschafft? Du musst da einfach nur... Ah! Na, bist du jetzt wirklich in der Creditszone, oder was? Nee. Ja, gut, für 3,19,30 Dinge hat natürlich schon... Das hat was, ne? Ja, ja, wir werden schon wieder reingezogen in diese alte Zeit von damals, ey. Aber man muss gar nicht wirklich was ausgeben. Also man kann natürlich einfach ein paar Spiele spielen, die es hier auch mengenweise gibt. Oh, da habe ich jetzt noch ein paar Pferdys gesehen. Weil, so bin ich auch angefangen und habe tatsächlich schon einen ganzen Teil Sachen mittlerweile zusammengesammelt. Echt? Ja, wirklich. Ja, ich war so ein paar Tage schon mal online, habe geguckt hier so zwischendurch, mal immer ein, zwei Spiele gemacht. Okay. Ja, und habe schon jetzt einen ganzen Teil Sachen da zusammengekriegt. Weil, ganz ehrlich, es gibt ganz viele Leute hier, die machen Games und eröffnen die. Und geben natürlich auch die Preise raus. Häufig ist es so, man hat zum Beispiel so einen Würfel am Ende und man muss einfach würfeln, von 1 bis 6. Und dann darf sich derjenige was aus dem Katalog für den Preis quasi aussuchen und kriegt das dann als Geschenk zum Beispiel zugeschickt. Ja, aber das feiere ich übelst. Ja. 2.200 Leute drin sind. Allein, dass es da so voll ist gerade. Ich meine, das ist im Vergleich trotzdem nicht viel. Aber, ganz ehrlich, am Anfang hätte auch keiner gedacht, dass sowas rauskommt. Und vielleicht wären dann doch nur 500 Leute da geblieben. Aber anscheinend bleiben die Leute sehr gerne jetzt gerade da. Ja, ich sag mal so, die alten Leute, die kriegen, die haben jetzt halt eben, wie soll ich sagen, die haben einfach das alte Habo wieder zurückbekommen. Das ist, äh... Finde ich cool. Das wird gewürdigt. Ich finde es einfach mega. Ich gucke mir gerade mal It's Gay in Here einmal an, wie voll das da ist. Aber es geht, hä? Ja gut, hier sind fast 25 Leute, glaube ich. Vor allen Dingen auch noch die ganzen alten Räume, weißt du? Ja. Das alte Aboledo hast du wieder hier, ne? Ja, das ist einfach Nostalgie pur. Das ist total schön. Und ich habe gesehen, neues Ra. Es gibt ja jetzt jeden Freitag irgendwie ein Raritätsstück zu kriegen. Stimmt das? Ich glaube, jeden Montag oder jeden Dienstag müsste man jetzt ausrechnen, wann das Hotel gestartet ist. Ich schaue mal kurz am... Am 18. Juni ging das ja los. Am 25. Am Dienstag kam Corsias neue Rare. Okay. Weil hier gibt es ja jetzt, ähm... dieses Gras, was man sich kaufen kann für 35 Coins oder Credits. Taler. Welches Gras? Ah, dieses Gras mit diesen Gänsenblümchen da drauf und so. Dieses hohe Gras. Da, wo ich jetzt gerade bin, da kann man das auch ganz gut erkennen, das Petal Patch gewohlt. So heißt das. Aber ich glaube, was... Ich glaube, es ist auch ganz klug, wenn du am besten, äh, hier diese... Schwimmbad oder so, wenn du das am besten in der Badehose verlässt. Weil dann, wenn du dann wieder reingehst, hast du direkt Badehose an. Musst du dich nicht extra umziehen für... Na. Das ist ganz gut so. Welchen Raum seid ihr denn jetzt gerade? Ach, ich bin jetzt gerade überall mal reingegangen. Ich bin jetzt gerade in der Dachterrasse. Oh, Dachterrasse. Da bin ich früher immer so gern hingegangen, als... Ja, komm hin, komm. Wo ist das, wo ist das? Ich muss das sehen. Rooftop Rumble. Ich sag's ja, da war... Rooftop Rumble? Ja, Mann. Das war auch früher meiner. Dachterrasse. Wie geil. Das war auch früher meiner. Ich sag's ja. Alter, wie geil. Geilste Scheiße ever. Ich kenne auch die Dachterrasse von 2010, wo man ja auch so eine ähnliche Ansicht hatte. Aber das habe ich so gefühlt. Ich sag's ja echt, ne? Ich hab, äh... Hier hab ich sogar, äh... Hier hab ich sogar öfters gerne mal gechillt. Oh, Bastita. Oh, Basti. Watt wo? Der schreibt mir jetzt gerade hier. Ähm, wo sind wir? Rooftop sind wir, ne? Rooftop. Wo ist er? Oh Gott, ich schau... Rooftop Rumble. Rooftop Rumble. Äh, Cent. Alter, jetzt kommt wieder irgendein Knallalter, der blockiert jetzt hier wieder, oder was? Ey, was nochmal richtig geil wäre, wenn man hier, wenn man hier einfach, ähm, wie heißt das? So einen Flashmob nochmal erlebt, oder? Das ist wie damals mit den ganzen schwarzen Köpfen da. Mit den Haaren. Das wäre so geil. Also, so wie ich das mitbekommen habe, es gibt einen Twitch-Streamer mit mehreren Millionen Followern, der auch schon auf das Habo Hotel Origins aufmerksam geworden ist und der auch für seine Raids bekannt ist. Ich nenne natürlich keinen Namen. Und der hat, glaube ich, auch schon angekündigt, dass er mal hier vorbeischauen möchte irgendwann. Oh, da bin ich mal gespannt. Ja, ich natürlich auch. Vielleicht schaffen wir mal so die 10.000 zu knacken, wie damals zu Höchstzeiten im Deutschen Hotel. Wer weiß. Für kurze Zeit vielleicht auch nur. Ja, das wäre lustig. Also, das wäre richtig geil. So, ich weiß nicht. Mal gucken, ob Basti das gleich hinkriegt. Ja. Aber das waren jetzt so Eindrücke in dieser Folge. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wir werden natürlich noch mehr Folgen machen. Also, ich habe den Herrn mal hier festgeschickt. Top, sehr gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall in der dritten Folge wieder. Denn Habo Origins wird hier öfter gezeigt auf diesem Kanal. Ciao. Macht's gut. Jo, ciao, ciao.